ist das hier die letzte beta von ios 12.2 möglicherweise und damit herzlich willkommen hier bei me apple cat freunde ja beta 5 von ios 12.2 ist draußen und ja ich stelle hier schon die frage ist das hier die gold master version also die version die im endeffekt dann für alle ausgerollt wird es wäre möglich und ich sage euch auch gleich wieso ich das denke aber zuerst gibt es hier nochmal einen kurzen überblick über meinen speicherplatz ich hatte vor dem update freie 6,1 gigabyte und nach dem update 4,62 also ein bisschen was habe ich eingebüßt obwohl das update eigentlich nur 235 megabyte groß war hier auf dem iphone 5s und ja es ist die beta 5 und änderungen nachher ich habe neues wallpaper gemacht aber das hat nichts mit der beta zu tun änderungen gibt es im prinzip nicht außer gefühlt dass hier alles schneller flotter und flüssiger läuft wie vorher ihr seht schon hier beim alten iphone 5s wenn ich hier die ganzen dinge öffne und die apps öffne die einstellungen öffne und hier ins multitasking rein springe also das klappt alles nach komm hoch das klappt hier alles echt schnell flott und flüssig und gefühlt hat apple da mal richtig noch mal an der stellschraube gedreht im vergleich zur beta 4 die war zwar auch sehr stabil da lief alles gut aber da gab es hier und da doch mal so einen kleinen ruckler aber jetzt hier bei der beta 5 da läuft das ding echt wie geschnitten brot kann man sagen richtig flott richtig schnell perfekt kann eigentlich so ausgeliefert werden würde ich sagen tja und warum denke ich dass das hier vielleicht die gold master version ist naja es ist ja nicht mehr allzu lange bis ios 12.2 vermutlich released wird denn apple hat ja hier für den 25 märz ein event angekündigt und das sind ja nur noch knappe zwei wochen und von daher wäre es sehr sehr gut möglich dass auch am 25 dann hier die ios version 12.2 für alle zur verfügung gestellt wird von daher kann das echt sein dass das hier die gold master ist fühlt sich auf jeden fall so an würde vom zeitraum her passen nur noch zwei wochen und so der update zyklus war ja meistens so zwei wochen von beta zu beta ich glaube da kommt jetzt nichts mehr außer die offizielle version von 12.2 und noch ein wort zum apple event am 25 märz für alle die sich freuen ja neue hardware ne freunde leider wahrscheinlich keine neue hardware da könnt ihr eventuell noch ein bisschen länger darauf warten denn es wird gemunkelt dass das ganze nur um services sich drehen wird also wir können mal vermuten apple wird seine neuen streaming service vorstellen es wird vermutet dass vielleicht noch ein neuer service für ebooks und so was oder für zeitschriften vorgestellt wird vielleicht noch irgendwelche neuen abo service keine ahnung auf jeden fall in diese richtung würde es gehen denn da will apple ja stark ausbauen und mehr kohle mit services verdienen also vermutlich keine neue hardware aber vielleicht überraschen sie uns ja doch ich würde es mir wünschen denn die hardware ist doch erst so richtig interessant also für mich meistens obwohl so neues ios finde ich auch immer höchst spannend natürlich so das hier sind die werte vom geekbench von der aktuellen version von 12 2 beta 5 12 39 und 22 62 im multicore und wenn wir das mal mit der beta 4 vergleichen obwohl es sich flüssiger anfühlt haben wir dort minimal verloren im single core fünf punkte das können auch nur messdifferenzen sein und im multicore haben wir neun punkte verloren also ja ich sag mal marginal nichts wirklich schlimmes hauptsache das ganze hier fühlt sich schnell flott und flüssig an in der bedienung und das tut es absolut freunde also leute mehr gibt es nicht zu sagen zur beta 5 jetzt dürfen wir hier alle gespannt sein auf das apple special event live aus dem steve jobs theater natürlich auf dem apple gelände am 25 märz bei denen 10 uhr morgens bei uns wird das dann wenn ich mich nicht täusche 19 uhr abend sein könnt ihr euch alle live anschauen einfach auf die apple seite gehen dort gibt es den live stream ich bin auf jeden fall dabei und bin gespannt und hoffe vielleicht auch ein bisschen auf hardware ja und nicht nur software ich meine die software dinger sind zwar auch ganz nett aber mal ganz ehrlich wenn es einen streaming dienst gibt oder hier apple news das sind alles sachen die bekommen wir in deutschland erst mal nicht zu sehen ja also selbst die apple news gibt es ja immer noch nicht hier für uns alles nur für die usa bisher soweit ich weiß von daher ist das dann für uns relativ uninteressant aber wer weiß vielleicht gibt es ja auch ein bisschen hardware zu sehen also ich halte euch auf dem laufenden freunde vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten mal macht's gut